Plötze, kommst du mal aus dem Wasser? Plötze! Plötze, geht erstmal ne Runde baden. Will noch irgendwer hier, oder? An Wasser glaube ich nicht. Auch mittlerweile geht es, man hat sich daran gewöhnt, Wasser zu trinken beim Kekse-Essen. Wobei das ja meine Lieblingskekse sind. Kann ich hier auch mal ganz kurz hier näher zeigen. Ein namhafter Hersteller. Sehr schön. Oh guck mal, Ziegen. Moment, warte, 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 warte. Mein Schwer ist gebunden, ich bin nicht noch vorbereitet. Er mit seinem riesen Schwanz. Also ich kloppe mit meinem Schwanz keine Leute um. Einfach aus Respekt. Ich könnte aber. Hurra. Ja, das ist so auf meinem OF-Kanal. Hm. Ja doch, so war alles frisch. Ausrufezeichen OF, bis ich hin. Grüße mein Lieber. Dankeschön. Oh, jetzt sind wir überladen. Super. Vielen lieben Dank für deine 20 Billis. Was geht ab? Was geht da? Und ja, darauf habe ich gewartet. Ey, warte mal. Wir müssen, können wir das hier nicht irgendwie mal... Pop. Ja, wir flitzen da noch mal hin. Ruhig, plötzlich ruhig. Äh, und dann müssen wir auf jeden Fall wieder zum Schmied. Wie viel Altschick bei dir? Wie, du bist jetzt beruf? Gibt's da Schupferpilger von dir? Aua. Äh, dann kannst du auch Socken kaufen und so von mir. Du sollst abspringen. Schlimm gar nicht. Verdammt. Und, flupp. Mann. Abschnecken. Äh, Plötze, kommst du mal aus dem Wasser? Plötze. Plötze. Plötze geht erstmal ne Runde baden. Hm. Der ist jetzt mit seinen Gedanken woanders. Ja. Ähm. Plötze. Plötze scheint ein Seeferd zu sein, ja. So ist es gut. Aha. Hängt der da erstmal im Wasser rum, ey. Aber wirklich nur noch die Nase rausgeguckt gleich. Boah. Ja, Plötze. Wir müssen hier irgendwie... Beweg dich. Weil... Boah. Das ist natürlich so doof, ne. Zu Fuß wäre besser. Aber ich bin halt nicht der Schnellste gerade. Götter des Meeres, ich habe euch die Geschenke nie missgönnt. Schenkt mir einen weiteren Sieg. Dann werde ich euch einen Teil der Beute opfern. Lass dich von mir nicht stören. Verdammt. Was jetzt? Oha. Was denn wer? Ich habe gehört, dass du zu Karadins Bande gehört hast. Sag was du willst, verdammt nochmal. Spuck's aus, du arschkriechender Bastard. Oha. Ich weiß jetzt übrigens, wie viele Spekulaties in so einer Tüte drin sind. Das sind 76. Ich hab nicht geraten, sondern... Ich suche Yad Karadin. Und wer zum Teufel bist du? Ein Freund eines Freundes. Ich suche Karadin. Vielleicht könnten wir eine Abmachung treffen. Gefällt uns ein Geschäft ein paar Arschlöcher in Novigrad nicht? Verfluchte gilten! Kommt! Worauf wartet ihr? Macht den verdammten Scheißkerl kalt! Ach Mensch, Gnas. Tötchen, verstören, verstören! Komm, Jörgs! Hau ihn zu breit! Komm schon! Ein verfluchter Zauberer! Das ist wirklich. Gib uns alles, was du hast! Ich muss unbedingt auch reparieren. Mach ihn fertig! Da ist doch keiner mehr da. Ey, der Krieger mit seinem scheiß Dings hier, geht mir richtig auf den Sack. Die kriegst du nur von hinten. Ja, ja, ich hab hinten gesagt. Ja, da, 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 da. Na, Pieselchen? Na, Pieselchen? Ja, wir haben ja nirgendwo. Haben wir da irgendwie was? Ruhig! Und plötzlich, äh, übrigens, der Dean war heute nicht einkaufen gewesen. Obwohl der Dean gestern gesagt hat, er fährt einkaufen. Oha! Oha! Ich hab das Tod getrampelt! Oh, warte mal! Haha! Das ist ja witzig! Also mal ganz kurz, bei YouTube, ne? Also ich fahr, äh, Herrliche hier nicht, äh, ähm, Tiere töten, ne? Aber es ist halt witzig, du ratest mit dem Pferd dagegen. Öh! Tot! Öh! Tot! Ne, da kann ich dir nicht zu servieren. Ne, ist ja hier auch nirgendwo, ne? Äh, 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 ja. Aber in der Taverne, da wäre ich auch gern! Ah, Ha, Ha! Jajajajajajajajajajajajaj hopp 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 überstoppen über stein aber richtig das bein er soll hier runter gehen das ist nicht die taverne ach ich soll wieder zurück so da ist er ich würde erstmal hier hin und dann schnell dahin das ist eigentlich auch quatsch meine oma versteht die wirt nicht mehr ab dann ihren fernseher auf deutsch meine oma hatte das früher wirklich die hatte dvds immer auf englisch gehört aus versehen hat aber auch nie was gesagt und irgendwann immer ja ich dachte das gibt es nicht auf deutsch warte mal ganz kurz ich würde erstmal den ich würde erstmal den bums leer räumen hier ach so ich würde noch mal ganz kurz dahin ich will hier platz haben sonst oma ist halt der ist wirklich so den können wir ja glaube ich nicht der funktioniert ja noch nicht so richtig gehen wir da hin der hat bestimmt ein bisschen mehr geld hallo stranger hallo valid hallo hallo ist hier nicht da drüben ist ein rüstungsschmied da drüben ist ein rüstungsschmied ja das ist auch wichtig wichtig und richtig wie kann ich helfen ich würde mir gerne da so nie warte mal warte 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 wir gucken erstmal hier aber eigentlich der nicht okay den behalten wir weg der kann auch weg der kann auch weg wenn wir den haben bei level 17 dann german ab und zu mal okay wir haben aber einiges auf tasche doch einiges auf tasche nix mit fett okay alles weg außer der guck mal an hier wie kann ich helfen ich würde mir gerne dein angebot ansehen okay gut er hat jetzt auch nicht mehr so viel geld ne gut man kriegt auch nicht mehr so sonderlich viel dafür ne aber man nimmt natürlich trotzdem mit muss was erledigen oh oh dankeschön vaneta für deinen lurk okay der hat uns ja gar nichts gegeben dafür so wirklich ey zum geizkragen meister waffen reparatur set yes yes merkt man auch gar nicht glaube ich dass ich das erste mal witcher spiele ich bin ein bisschen verwirrt ich bin ein bisschen verwirrt am anfang mittlerweile geht es ja mittlerweile geht es ja okay gut wir ähm lebt wohl so zeige mal okay das ja das ist zwar noch nicht sonderlich viel aber trotzdem noch sehr viel ne komm noch mal her okay wie kann ich helfen ich würde mir gerne dein angebot ansehen maaaak kack der hier erstmal voll oh Ich werde auf jeden Fall noch eine ganze Weile brauchen, eine ganze Weile. Aber wie gesagt, ich mache das jetzt auch irgendwann mal samstags, und dass wir das auch mal samstags mit reinnehmen. Sonst sind wir dann noch im Sommer bei. Marc, wie geht's dir? Alles schön bei dir. Ach, die können wir hier nicht verkaufen? Ja, sehr viele Runensteine hier. Und wir verkaufen davon noch mal einen. Davon noch einen. Ich will einen Rind von dir. Ja, soweit alles gut, danke und dir. Ja, bei mir auch soweit alles gut. Doch, 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 doch. Vielleicht sollte ich hier auch einfach mal zwei von verkaufen. 104 haben wir jetzt Platz, okay. Ja, gut. Nimm sie nächste Quest an. Ach ne, wir machen den erstmal den Herrn Lambert nochmal. Und dann nimm er die nächste Quest an. Ich mach mir jetzt aber erstmal einen Kaffee, ob gerade der Moment passt. Ihr Lieben, bei YouTube bis gleich oder bis zur nächsten Aufnahme. Folge. Was? Folge. Mal Case. Okay. quand das ganz mile und passiert ist, wenn du Coordinator hörst port? Und ich habe mir das solar Um patients hopefully vor. Und darum geht darum wie jetzt. Ja, wie sehr etwas damit Forgive Psychatic. Los Sieb.